Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Hier folgt jetzt noch das verspätete Voice-Over zum Interview mit Todd Peppy. Es ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Interview und deshalb legen wir auch direkt mit der ersten Frage los und die war, was macht ein Design Director eigentlich? Also im Prinzip sorge ich dafür, dass die Design-Teams der Vision von Chris und Aaron folgen. Also sowohl was Squadron 42 als auch für das Persistent Universe erarbeitet werden soll, ich lege das fest. Das heißt, du koordinierst die Teams, dass also immer der Fokus an der richtigen Stelle liegt? Richtig. Ich bin auch für die Reviews und Materialien von vielen Dokumenten verantwortlich, weil Chris und Aaron und Tony viel zu viel zu tun haben und um alles selbst zu überwachen. Ich bin sozusagen der Torwächter, der entscheidet, ob etwas bereit ist, damit es an Chris und Aaron weitergereicht werden kann. Okay, was war denn so das herausforderndste, an dem du zuletzt gearbeitet hast? Die größte Herausforderung? Puh. Also es ist im Grunde genommen, das modulare System zu erschaffen, sodass wir ganze Sonnensysteme erschaffen und füllen können. Wir verstehen, wie Spiele funktionieren, so im Arena Commander oder Star Marine Standpunkt, wenn man davon ausgeht, dass es immer von Moment zu Moment geht. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir ein ganzes Sonnensystem haben, wo Spieler sich mit Quantum Travel durchbewegen können, irgendwo ankommen, das dauert dann auch eine Weile. Wie kriegen wir den Spieler im Spiel gehalten? Wie können wir es interessant und spannend gestalten, wenn sich das Ganze nicht im kleinen Rahmen einer Simulation, sondern in dem Rahmen eines ganzen großen Sonnensystems bewegt? Genau das war übrigens eine Frage aus unserer Community. Wenn man sich vorstellt, dass diese Sonnensysteme so groß sind, dann wird es ja auch im Quantum Travel eine ganze Zeit dauern, bis man von einem Ort zum anderen gekommen ist. Unter Umständen Minuten oder irgendwas. Gibt es dazu weitere Informationen? Momentan waren es beim Test, glaube ich, etwa 21 Minuten im Quantum Drive von einer Seite zur anderen. Man wird also tatsächlich Zeit haben, während der Reise aufzustehen und im Mobi-Gleis zum Beispiel Nachrichten zu lesen. Ja, denn wenn man sich zum Beispiel Star Wars vorstellt, da haben ja die Charaktere auch Zeit, während der Reise ein paar Runden ein Spiel zu spielen. Das wird natürlich bei einem Einsitzer etwas kompliziert, aber bei Multicruise-Schiffen sehr schön. Und wie sieht es dann mit den Jump Points aus? Wird man da in einer Seite reinfliegen und sofort auf der anderen Seite gleich in der gleichen Sekunde wieder raustreten? Oder wird es ähnlich wie beim Quantum Travel sein, dass es eine Zeit dauert? Also so, wie wir aktuell darüber denken, wird die Reise durch einen Jump Point immer mit ein wenig Gameplay verbunden sein. Das heißt, man braucht immer ein paar Fähigkeiten, um problemlos durch einen Jump-Kanal durch zu navigieren. Das könnte auch ein Beruf des Jump-Explorers sein, dass er eben in den Jump Point als erster hineinfliegt und quasi für die anderen versucht, den sichersten oder den leichtesten Weg hindurch zu finden. Mit der Entwicklung dieses Systems haben wir allerdings noch nicht begonnen. Das sind alles Konzepte bisher. Wir wollen es aber so modular gestalten, dass es immer ein wenig anders ist, wenn man einen Jump Point durchfliegt. Auch beim zweiten Mal etwas anders zum ersten Mal. Es könnten zum Beispiel gefährliche Dinge auftauchen, wenn man hindurchfliegt. Oder der Jump Point nimmt jedes Mal eine leicht andere Route, sodass es immer unterschiedlich ist. Cool. Also wird aktives Gameplay für die Navigation als Jump Points nötig sein? Alles klar. Wie sieht es denn bei den Landezonen aus? Also in manchen Landezonen, wie Delamar zum Beispiel, ist es ja theoretisch möglich, auf jeder Fläche des Planeten zu landen. Der ist ja prozedural generiert. Aber wie ist es denn auch mit großen Planeten, die Städte haben, wie zum Beispiel Arkob oder Terra? Vermutlich ist es ja nicht gewollt, dass die Spieler die Möglichkeit haben, in jedes Gebäude auf diesem ganzen Planeten hineinzufliegen und unter Umständen da zu crashen. Oder wie ist das gedacht? Ja, wir sind nicht. Da hast du absolut recht. Das wollen wir natürlich nicht. Allerdings haben wir an diesen speziellen Dingen noch gar nicht gearbeitet. Bei Delamar zum Beispiel müssen wir auch noch erarbeiten, wie es genau ist, wenn man von einem Landeplatz zu einer nächsten Landezone kommt. Man muss überlegen, ob man dorthin fahren kann oder fliegen kann, wie das dann aussieht, wie es sich aufbaut. Und all das wird sich dann auch noch erweitern. Das heißt, größere Siedlungen werden hinzukommen, Camps einzelne. Oder auch das Mining wird ja dann irgendwann eine Rolle spielen, sodass man auch die Bergbauvorhaben abzeichnen muss in den Gameplay-Mechaniken. Und dann kommen wir erst irgendwann zu Arkob. Und ich gebe ganz ehrlich zu, davor habe ich doch ein bisschen Angst. Es ist eine sehr, sehr große Aufgabe, einen ganzen Planeten zu designen, der eine ganze Stadt ist. Wir werden natürlich uns dabei Systeme überlegen, dass die Spieler nicht in die Gebäude einfach reinfliegen. Ja, man kann ja in der jetzigen Alpha 2.5 auch sehen, dass im Arkob mehr Gebäude dazu gekommen ist, dass die Stadt insgesamt schon mehr Tiefe bekommen hat. In der letzten Zeit geht das Development bei Star Citizen sehr, sehr schnell voran. Und für unsere Perspektive jedenfalls fühlt es sich so an, als wenn große Fortschritte gemacht werden. Was war denn aus deiner Sicht aus der größte Meilenstein in der letzten Entwicklung des letzten halben Jahres? Für mich war schon immer das Faszinierendste das Persistent Universe. Jedes Mal, wenn wir eine neue Inhalte ins PU eingefügt haben, habe ich mich sehr, sehr gefreut und fand das sehr, sehr spannend. Aktuell sind wir kurz vor dem Punkt, dass wir ein sehr, sehr modulares System haben, was uns ermöglicht, sehr regelmäßig neue Inhalte und Dinge, Assets ins Spiel einfügen zu können, wie zum Beispiel einen Truckstop oder ein Lagerdepot. Über dieses neue System können wir dann schnell neue Strukturen bauen und eben sofort ins Spiel einfügen, damit auch im PU bzw. das aktuelle Stand-in-System dann sehr schnell mit Leben gefüllt werden kann. Darauf bin ich sehr, sehr gespannt und darauf liegt auch aktuell mein persönlicher Fokus. Nick konzentriert sich dabei eher mehr auf Squadron 42 und ich mich eben komplett auf das Persistent Universe. Und da ist es eben das Schönste für mich zu sehen, wenn wir neue Inhalte mit reinbringen können und wir werden in Zukunft sehr viele davon zur Verfügung haben. Dabei fällt mir gerade eine Frage aus unserer Community ein, die wir erst kürzlich hatten. Auf der einen Seite hat man Raumstationen wie Port Olisar, die im Vergleich zur Grimhex Station sehr, sehr sauber, sehr ordentlich ist und Grimhex dann eben genau das Gegenteil, eher dreckig und eher rough. Bei aber 100 Sternensystemen ungefähr, die bei Release da sein sollen und ein paar Tausenden dieser Stationen, die alle unterschiedlich sind. Meinst du denn, dass es überhaupt schaffbar, dass ihr so viele unterschiedliche Stationen ins Spiel bringen könnt, um das eben wirklich alles füllen zu können, diese riesigen Inhalte? All these kind of stations? Very much. Ja, auf jeden Fall. Die Art und Weise, wie wir die unterschiedlichen Art-Sets erstellt haben, macht das möglich und gibt uns sehr viel Variationsfreiheit. Grimhex ist zum Beispiel der Stil der ganzen Station, heißt bei uns Low-Tech Bravo. Wir haben dazu auch Sets von Low-Tech Alpha und Low-Tech Charlie und je mehr es davon gibt, desto besser können wir diese verschiedenen Stile dann zusammenwürfeln, die Lichtbedingungen neu setzen, die Partikelleffekte ändern und schon fühlt sich so eine Station komplett anders an. Wir können auch die Räume austauschen, sodass die Station vom Layout und vom Grundriss her völlig anders ist und sich demnach auch anders fühlt. Und all das wird natürlich von der Umgebung abhängen. Also R-Corp wird sehr, sehr schöne Raumstationen um sich herum haben, während eben Planeten, die weiter abseits oder in einem ganz anderen System liegen, was eben auch nicht so wohlhabend ist, dann eben kleinere oder heruntergekommene oder eben auch verlassene Stationen hat. Eben durch die verschiedenen Sets können wir das sehr, sehr einfach miteinander kombinieren, sodass trotzdem ein komplett neues Gefühl entsteht und nichts sich doppelt. Das klingt ein bisschen ähnlich wie die Style- und Design-Sheets von den Schiffsherstellern. So ähnlich ist es auch. Aber bei uns liegt der Fokus eher auf dem gesamten Umweltdesign. Das heißt, wir fangen meist mit sehr simplen Formen und einfachen Farben an, wie zum Beispiel Wandpanelen, die einfach nur grau gefärbt sind. Danach geht dann die Suche nach Referenzmaterial los und wir stellen sozusagen tatsächlich den ganzen Design-Sheet zusammen, damit diese Elemente von der Textur her dann immer realistischer werden und man wirklich zu Punkten kommen kann, wie wenn ich zum Beispiel so einen Truckstop mir ansehe. Manche gibt es an der Autobahn, da sagt man, ach, hier mache ich gerne Pause, hier bleibe ich, hier fühle ich mich wohl. Und bei manchen denkt man eher so, naja, ich fahre lieber weiter, da gibt es noch einen besseren auf dem Weg. Und genau so sollen auch die Spieler später die Raumstationen oder ihre Umgebung wahrnehmen können, dass sie sich eben wirklich komplett von untereinander unterscheiden. Und dafür fertigen wir eben diese Design- und Style-Sheets an. Alles klar, vielen Dank. Unser erster Eindruck übrigens von der Grim-Hack-Station war, dass sie eben sehr gut versteckt ist im Jela-Asteroidengürtel und dass man sie gar nicht so einfach findet, wenn man nicht weiß, wo man genau suchen muss. Wird es später bei anderen Stationen auch so sein, also dass ihr Stationen so ganz heimlich ins Spiel einbaut, ohne groß darüber zu sprechen, sodass die Spieler sie selbst entdecken und gegebenenfalls auch dann besetzen müssen? Absolut, ja. Wir wollen ja unbedingt, dass die Spieler selber das Universum erforschen und entdecken müssen. Aktuell ist es natürlich so, dass sich das per Mund-zu-Mund-Propaganda innerhalb der Community sehr schnell bekannt macht, weil es ja auch eine sehr enge Community ist. Aber später werden insbesondere Luke und sein Team von Live Operations Dinge ins Spiel einfügen, Orte ins Spiel einfügen und niemandem davon erzählen, sodass die Spieler sie wirklich selbst entdecken müssen und entdecken können. Und man auf einmal merkt, huch, jetzt kann ich dorthin oder jetzt kann ich das machen. Oder jetzt ist hier ein komplett neuer Ort aufgetaucht, den vielleicht niemand anderes außer mir kennt. Und das ist wirklich großartig. Also, vielen Dank für die Interview, für dein hartes Arbeit und ich hoffe, dass wir dich auf Freitag sehen. Ja. Cool, vielen Dank. Vielen Dank. Bye-bye. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.